Entschuldigung, Tag 2.1. Willkommen zurück bei Call of the Holo, Dark Corners of Earth. So, falschen Knopf gedrückt. Nochmal kurz gucken, was das hier war. So, also meine Tür ist verriegelt. Ich will noch ein zweites Zimmer. Oh, oh, oh. Verriegeln wir lieber auch mal. So. Was ist denn hier? Wieso habe ich ein Doppelzimmer? Was ist mein Zimmer? Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte ich auch noch zu? Oh, oh Gott. Ein altes Zimmer. Ich kann nichts von Use sehen. Es ist früh. Ich glaube, es wäre nicht sinnvoll, zu warten. Der Raum ist kalt genug, ohne die Tür zu öffnen. Ein altes Zimmer. Nichts von Interesse. Ein altes Zimmer. Nichts von Interesse. Ich kann hier nicht schlafen. Es ist nicht mein Zimmer. Nichts von Interesse. Es ist zu schwer, zu gehen. Nein. Hier ist nichts wichtig. So. Ähm. Hm. Better. Not exactly safe. But the best I'm gonna get in this infernal town. Gott. Schlaf mal runter. Schlaf mal runter. Früher hatten es schon schlechter in der Falle. Wir hatten irgendwann auch von mir nach Hause. Irgendwas drauf. Lassen wir das mal. Entfernung. Chau was. Leidé. Im Leben kam den Helf, Was ist das? Gut, speichern von allein, wieso, passiert noch irgendetwas? Oh, was war das? Ah, die Erinnerung von damals. Die große Stadt von Jakotus. Rest jetzt, Jack, du bist sicher. Was ist sicher? Was war in the light, Jack? Where do you want to go? We are your history, Jack, and your future. I don't understand the world in time. Oh, huh. Dillman, where have you put the outsider? Top of the house. Room 401. Come on, let's have it! Ich gehe davon aus, dass ich jetzt einfach in den anderen Raum muss. Eingriff der Fischwesen. Eingriff der Fischwesen. Eingriff der Fischwesen. Oh, hat er eine Waffe dabei? Hier, take the keys. Töne uns. Es ist lockt. Probablemente auf der anderen Seite. Er ist wach in da. Ich kann ihn rüberhören. Ich kann ihn rüberhören. Breche die Tür runter, du verdammt fool. Lass ihn raus! Lass ihn raus! Lass ihn raus! Oh! 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 Eh! The door is open and shut. Slow his mouth. The window's locked. Ich kann es nicht öffnen. Ich habe Zeit, um zu schauen. Die Tür ist kaputt. Sollte ich mal schnell rausrennen, oder? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ahhhh... Scheiße! Da ist seine Rune! Wir haben ihn schon gesehen. Ich bin auch tot. Noch mal. Okay... Ja, ist gut. Da ist seine Rune. Nur den Geräusch. Hier. Geh die Gäste. Körschen! Es ist lockt. Probierlich auf der anderen Seite. Er ist wach in da. Ich kann ihn überhören. Breche die Tür runter, der Dämpfool. Was ist hier? Was stecke ich mich hier in der Ecke? Ich zieh. Vielleicht fühlen sie mich ja nicht. Folg! Das ist die Tür. Trif. Oh-oh. O-oh. Das ist die Tür. Das ist die Tür. Oh! Verdammt. Versuchen wir es doch noch mal zum Fenster raus. Ja, sehr gut. Boah, was mache ich jetzt? Was? Was ist das? Ich gehe dann mit den anderen drauf. Ich bin da gewohnt. Ich kann ihn übernehmen. Die Tür wieder. Schau mal auf. Ich bin dauernd. Schau mal das Tür an. You can escape! Quick! I see the pen! Check the door! Outsider! Stop! Take him! Ass... Huffly... There's his room! Just keep the noise down! Here, take the keys! Curses! It's locked! Probably bulletin' on the other side! He's awake in there! I can hear him movin' about! Break the door down, you damn fool! Let's go out of here! Let me go out of here! Let me go out of here! You can't escape! Let me go out of here! Hurry up! We can't go out of here! Ah, what did I have? Morphium... ... ... We'll go out of here... ... 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 Das war's für heute. Oh, Trader! Stop! Hold it! Not up. There is his room. Just keep the noise down. Here, take the keys. It's locked. Probably bolted on the other side. He's awake in there. I can hear him moving about. Break the door down, you damn fool. The door is broken. The door is broken. I see you're locked. Stop! Whoa. That's going to be quick. There is his room. Just keep the noise down. I can't see the wall. Take the keys. Curses. It's locked. Probably bolted on the other side. He's awake in there. I can hear him moving about. Break the door down, you damn fool. Hurry up! You can't escape! I gotta press on. Everything, we haven't been brave enough. Come pull out of now! It was open! The door's broken shut. Hurry up! Quick! I see them ahead. You fell asleep. Get away! Schau! Aufsider! Stop! It won't fudge. Take him down! I should be able to move this wardrobe. Get him! Woah! It is illegal. I think you did not go too near me! It does happen to me! I fl gitti! Let us give them the style! You have to take one decades. No. 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 It is not scary. I understand a小 이건 inikt fine ause! I can just keep a chance and kill it! Das war's für heute. Ahlala... Bin ich tot? Verdammt! Was soll ich tun? Just keep the noise down. Hier, take the keys. Kassius! It's locked. Probably bolted on the other side. He's awake in there. I can hear him moving about. Break the door down, you damn fool. Hurry up! Hurry up! This is our way! Quick! I see you! Don't move away! I'll take a little break, then we'll continue. Bye bye!